Bei mir Nico Fuchs heute ein Tor gemacht, eins vorbereitet. Ich denke mal, was hat man sich da auch für dich? Ja, war heute ein richtig gutes Spiel. Ich bin gut reingekommen, hatte erste Halbzeit ein paar Aktionen mit Zimmermann auf der Seite. Und zweite Halbzeit auch nach der Umstellung, da ich auf die Sechs gegangen bin. Ja, hatte ich mich mit dem mit dem Spieler gut mit zwei Köpfen gefühlt. Und konnte dann letztendlich auch ein Tor vorbereiten und eins einleiten, was Naro dann nochmal Tor drauf geschossen hat und dann der Nachschuss war nochmal drin. Und ja, das Tor war auch ganz gut. Aus dem Nichts einfach, der Ball lag vor meinem Fuß und mit langen Überleg einfach drauf geschossen. Ich denke mir auch, Personnel sind wir auch hier auf dem Stampleich genommen. Ich finde die Mentalität jetzt sehr wichtig, oder? Na klar, wir haben momentan nicht so viele Spieler, aber selbst die Spieler, die da sind, haben alle sehr gute Qualitäten. Natürlich fehlen zwei, drei vermeintliche Stammkräfte, aber dann fangen wir momentan sehr gut auf. Und hier, jeder gibt alles und wir sind ja alle flexibel, können überall spielen. Deswegen können wir uns da helfen und hoffen, dass wir die nächste Woche mit weiteren Siegen werden. Ja, starten wir. Jetzt gehen wir ein Bierchen trinken? Natürlich. Ich bin in der Schultzen Minute. Ich bin in der Schultzen. Zäge Build Körner.